Ich zeige euch heute die Bewässerungssteuerung von Hunter. Ich benutze die Steuerung, um alle meine Beete mit Tröpfchenschläuchen zu bewässern und möchte so ein bisschen zeigen, wie die App funktioniert, wie das ganze Gerät aussieht, sodass man so einen kleinen Überblick bekommt, was das Gerät kann, was es sehr gut kann, was vielleicht problematisch ist und ja, that's it. Kurzer Disclaimer noch, das ist kein Werbevideo, ich habe mit Hunter zwecks dieses Videos keine Geschäftsbeziehung. Mein Setting im Garten sieht wie folgt aus, ich habe eine Magnetventilbox, dort werden drei unterschiedliche Tröpfchenbereiche gesteuert, die hintereinander dann auch ablaufen, denkt euch mal die ganzen Gardena Sachen da weg und so sieht so ein klassischer Tröpfchenschlauch aus, der an verschiedenen Stellen einfach punktiert ist und im Prinzip dann eine gewisse Wassermenge dort dann abgibt. Das ist überall verlegt bei mir im Garten und wie gesagt auf drei Bereiche unterteilt, das sehen wir auch gleich in der App, die dann nacheinander durchlaufen und durch die Hunter-Steuerung gesteuert und bewässert werden. Die Steuerdrähte der Magnetventilbox laufen hier in diesem Hunter-Gerät, in dieser Hunter-Steuerungszentrale, die sich pro HC schimpft, zusammen. Rechts daneben ist noch ein Regensensor, der oben auf der Garage hängt, der noch zusätzliche Informationen angebt. Ja, dieses ganze Programm, die ganze Software nennt sich Hydrawise, auch die App nennt sich im Prinzip IDENT und ich habe das ja durch eine Fachfirma installieren lassen, das heißt ich habe an dieser Stelle eigentlich nur noch das WLAN eingerichtet, was tadellos funktioniert. Man kann ja jetzt ein bisschen durch die Settings mal durchgehen, man kann hier den Status abrufen, also wenn irgendwas nicht funktioniert, kann man hier schon mal reingehen und gucken, ob das Ding hier vielleicht verreckt ist oder ob irgendwie vielleicht keine Internetverbindung da ist, aber für viel mehr nutzt man das Gerät nicht. Man kann hier sich die Zonen noch angucken, ich weiß gar nicht, wie viele Zonen hier installiert werden können, aber offensichtlich mehr als sechs und ja, ich wollte es nochmal kurz zeigen, dass das der Controller ist, den man hinhängt, aber tatsächlich geht man dort nie ran, außer dass der Controller ist nicht erreichbar und man checkt, ob das Ding noch WLAN hat. So, jetzt gucken wir uns aber die App an. So, die Hydrawise App von Hunter. Im ersten Blick sieht man direkt meine drei Zonen, also die drei Beregnungspunkte im Prinzip, die über das Magnetventil, die Magnetventilbox geschaltet werden, wenn ich da draufklicke, kann ich sagen, also ich sehe zum Beispiel, wann es das letzte Mal beregnet wurde, wie lang die nächste Beregnung geplant ist, das macht die App auch teilweise selber, zeige ich euch gleich noch. Man kann in die Details gehen, da sieht man den Namen, man sieht, wie das beregnet werden soll, man sieht, in welchen Plänen diese Zone enthalten ist und man sieht da schon die letzten paar Mal, an denen die Zone angesteuert wurde, ob das manuell gemacht wurde oder ob das über einen Plan gemacht wurde. Sehr, sehr einfach, sehr viel Information, alles, was man braucht, direkt verfügbar und dann so schöne Sachen, man kann so Allgemeinsteuerung rechts oben auswählen, alle Zonen ausführen oder auch alle Zonen aussetzen oder auch alle stoppen. Das ist eine super Sache, ich muss nicht viel rumklicken, sondern ich sage, okay, ich möchte das jetzt hier, was weiß ich, zwei Monate nicht bewässert haben, dann kann ich das hier einklicken, sag einmal aussetzen und alle Zonen werden mit einmal ausgesetzt. Ich muss nicht meine Pläne ändern oder so, ich kann das alles gespeichert lassen, sondern ich kann das für Ewigkeiten aussetzen. Andere Beregnungssteuerungen können das nicht, ja, von namhaften Herstellern auch. Alle Zonen ausführen ist auch so ein Ding, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt, weil warum auch immer möchte ich, dass das jetzt ausgeführt wird, kann ich dann sagen für alle. Jetzt im Hintergrund sieht man, oder ihr seht jetzt gerade, wie ich das, wie ich da auf Abbrechen klicke und die Zone wieder aktiv schalte. Ja, also das war jetzt auch ganz schnell zu sagen, okay, ich möchte, dass das wieder nach Plan bewässert wird und let's go. Dann sieht man Prognosen, ja, das ist im Prinzip wie ein Wetterding, ist nachher ein bisschen relevant dafür, ab wann die Hunter-Steuerung sagt, okay, wir bewässern nicht mehr. Man sieht hier noch den Niederschlag, der runtergekommen ist oder eben auch nicht runtergekommen ist. Dann sieht man meinen Regensensor, der verbunden ist, der heißt, ja, im Prinzip sagt der aus, dieser Sensor stoppt die Beregnung nicht. Und unterhalb sieht man noch die Wassereinsparung hinsichtlich dessen, wie die Hunter-Steuerung agiert hat. Die hat irgendwo dann offensichtlich die Bewässerung reduziert oder ausgesetzt. Hier sieht man jetzt mal die Zonen und man sieht dieses Predictive Watering, was schon eine sehr, sehr coole Sache ist. Gucken wir uns gleich nochmal an. In den Zonendetails ist im Prinzip der Klassiker, man benennt das Ganze, man kann hier auch verschiedenste Sachen einstellen, auch ein paar Bildchen hochladen. Hier kann man jetzt sagen, wie oft soll das bewässert werden, wie lang soll das bewässert werden und dieses Predictive Watering, zum Beispiel, wenn eine Prognose ist, dass es unter 6 Grad ist, soll nicht bewässert werden. Es soll weniger bewässert werden, wenn es unter 20 Grad ist, 30 Prozent, länger beregnend bei Hitze etc. Also da kann man richtig, richtig viel einstellen. Zyklus- und Sickerphasen können aktiviert werden, das ist für mich nicht so relevant. Da gibt es also jede Menge Einstellungsmöglichkeiten und man kann jetzt allgemeine Beregnungszeiten einstellen und man kann aber auch für jede Zone dann sagen, okay, zusätzlich zu der normalen Beregnungsintensität machst du hier ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Also ihr könnt das sehr, sehr krass individualisieren und es ist relativ einfach. Klar ist es viel zum Einstellen, aber schlussendlich, wenn man das individualisiert haben möchte, funktioniert das genauso. Wir haben hier zwei Zeitpläne, einmal für den Montag und einmal für zwei andere Tage. Das haben wir einfach gemacht und im Hintergrund seht ihr auch gerade, wie banal das ist, den Zeitplan da einzustellen. Das haben wir gemacht, weil wir über eine gewisse Zeit, wenn es deutlich heißer ist, tatsächlich noch einen weiteren Tag bewässern wollen und nicht nur Mittwoch und Samstag mehr bewässern, sondern tatsächlich einen Tag mehr haben wollen. Und diesen Plan schalten wir dann einfach aus, wenn es dann Richtung Herbst geht. Ja, dann sind vorgefertigte Bewässerungsabläufe schon definiert. Die kann man dann einfach nutzen, sagen, okay, für einen Rasenlaufzeit 35 Minuten, für Beete das und das Predictive Watering kann man dann, wie gesagt, auch nochmal einstellen. Ja, manuell, Zone manuell starten und das ist wirklich eine coole Sache. Die können andere Steuerungsgeräte von anderen Firmen nicht. Man kann hier jetzt zum Beispiel sagen, mehrere Zonen starten, dann habe ich hier meine drei Zonen, kann dann sagen, für wie viele Minuten jetzt diese Zonen bewässert werden und die werden natürlich nicht gleichzeitig bewässert, sondern nacheinander. Das heißt, wenn ich das jetzt für 52 Minuten laufen lasse, läuft die Zone 1 52 Minuten, Zone 2 danach 52 Minuten und die dritte Zone danach. Und das ist einfach smart. So soll das sein, so funktioniert das. Hier gibt es jede erdenkliche Möglichkeit. Man kann auch nur sagen, Zone 1 und 3 sollen jetzt bewässert werden, warum auch immer. Genauso soll das sein. Also das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Art der Steuerung. Ja, man sieht dann hier noch die Pläne, Berichte, wann wurde bewässert, wurde manuell bewässert, normal bewässert. Hier gibt es immer mal wieder, keine Ahnung, so eine Minute oder zwei Minuten, die einfach mal testweise für irgendwas, weil ich wieder was geändert habe, bewässert wurde. Das sieht man jetzt hier. Man kann aber auch draufklicken und sieht hier zum Beispiel manueller Beregelungszyklus 20 Minuten. Ja, da wurde irgendwas, sollte dann extra bewässert werden. Denn hier steht normaler Beregelungszyklus, das war also nach Plan. Das kann man sich dann hier angucken in den Berichten, das ist sehr, sehr deutlich. Und man weiß ganz genau, wann hat das Ding bewässert und zwar für einen relativ weiten Zeitraum. Ja, wenn man dann noch eine Wetterstation dran hat, ist es für mich nicht relevant, weil ich habe nur meinen Regensensor dran. Kann man hier auch noch verschiedenste Informationen abrufen und kann sich das tatsächlich hier im Detail angucken. Gibt es noch Forecast-Geschichten? Also wie gesagt, da ist sehr viel, wenn man da eine Hunter-Wetterstation damit einbaut, war jetzt für mich nicht relevant, weil meine Wetterstation läuft über mein Smart Home und ist dementsprechend hier nicht für mich relevant gewesen. So, Wassereinsparung ist im Prinzip, wenn die Hunter-Steuerung gesagt hat, okay, ich möchte oder ich werde aufgrund geringer Temperaturen oder Niederschlag oder sonst was, werde ich weniger bewässern oder verringert bewässert. Und das gibt die Hunter-Steuerung dann als Einsparung aus. So, es gibt da noch historisches Wetter, man kann sich das alles, das ist wirklich viel, man kann sich da wirklich alles angucken, wie war der Niederschlag. Das sind natürlich alles Internetdaten und wie krass, wie hoch war der Niederschlag jetzt im Dezember oder was weiß ich. Also wenn man sich da richtig reinfuchsen will und viel Informationen rausbekommen möchte, ist man hier absolut an der richtigen Stelle. So, wir gucken uns jetzt nochmal links oben in die drei Punkte an und das ist jetzt ganz spannend, das sind die Sensoren. Mein Sensor ist per Funk angebunden, das ist so ein 30 Euro Sensor, glaube ich, oder vielleicht sogar noch weniger, der tatsächlich so eine 10-Jahres-Batterie da drin hat und der per Funk angebunden ist. Das an die Hunter-Steuerung hat man am Anfang gesehen. Hier hat man jetzt, habe ich ja irgendwie Probleme, da dieses Ding da zu öffnen, aber also offensichtlich kann man hier auch noch verschiedene andere Sensoren noch einbauen und an das System mit anschließen. Was noch ganz spannend ist, ist der Punkt Beregnungsauslöser. Das ist im Prinzip auch dieses Predictive Watering. Also das ist im Standard so eingestellt, aber man kann das etwas variieren. Man kann also sagen, okay, ich möchte jetzt an der verschiedensten, ja keine Ahnung, wenn Niederschlagswahrscheinlichkeit höher als 80 Prozent ist, wird zum Beispiel nicht bewässert. So, das kann man einstellen, ob man das eher bei 90 haben möchte oder ob man das bei 75 haben möchte oder ob man es ausschalten möchte. Das kann man hier an- und ausschalten, das kann man aber auch in der Zone direkt an- und ausschalten und das ist, das ist schon wirklich eine coole Sache, dass hier Internetdaten verwendet werden, um eben dann die, ja, Bewässerung zu steuern, ja, Predictive, also quasi schon zu predikten, was, wie die Bewässerung sein sollte. Zusätzlich habe ich aber, wie gesagt, hier noch meinen Regensensel, der tatsächlich dann die Bewässerung stoppt oder auch dementsprechend der Hunter-Steuerung sagt, hier, pass auf, es hat nicht geregnet, bewässere bitte, ja. Also die Hunter-Steuerung hier in der App ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe bis jetzt keine bessere gesehen. Sie hat sich auch deutlich weiterentwickelt. Sie ist viel, viel, ja, die haben sehr viel im Bereich Usability getan. Am Anfang war das deutlich schwieriger, die zu bedienen. Das hat sich mittlerweile in den letzten zwei Jahren deutlich verbessert. Und die Funktionen, ich finde, die Hunter-Steuerung bietet alle Funktionen, die man braucht. Wahrscheinlich für Cracks sind es immer noch ein paar zu wenig, aber im Vergleich zu anderen namenhaften Herstellern, zu denen ich ja auch schon Videos gemacht habe, hat die Hunter-Steuerung hier einen riesen, riesen Vorteil. Man darf aber nicht vergessen, es ist deutlich komplizierter, das einzurichten als jetzt beispielsweise eine kleine Gardena-App. Ich habe das, wie gesagt, hier auch durch einen Fachbetrieb machen lassen und nicht selber installiert. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich mich für die Beete, für die Hunter-Steuerung entschieden habe, beziehungsweise auch die Fachfirma mir diese vorgeschlagen hat. Klar, das war etwas teurer, definitiv. Also das Hunter-Gerät, wenn ich das mal google, was ich jetzt da im Einsatz habe, kostet irgendwo zwischen 300 und 400 Euro, das ist ganz klar. Aber es ist auch ein riesen Qualitätsgewinn. Und gerade für die Beete war es mir elementar wichtig, weil wer selber mal einen Garten angelegt hat mit ein paar Beeten, weiß, dass Pflanzen Geld kosten. Und da wollte ich auf eine tatsächlich professionelle Lösung zurückgreifen. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist die Stability. Das hatte ich im Video noch gar nicht. Und zwar im Vergleich dazu, der Gardena-Controller, den muss ich so einmal im Monat mal neu starten. Der braucht einmal im Monat einen Reconnect zur Fritzbox, vielleicht auch alle zwei Monate. Aber ab und zu habe ich keine Verbindung zu Robby und Wassi, wer meine anderen Videos gesehen hat, übrigens Link unten in der Videobeschreibung, und muss den rebooten. Die Hunter-Steuerung habe ich in den zwei Jahren, in denen ich die jetzt nutze, das sind wahrscheinlich fast drei Jahre, habe ich noch nie neu gestartet. Noch nie. Die wurde wahrscheinlich bei einem Stromausfall mal neu gestartet, aber ansonsten habe ich die noch nie neu gestartet. Und dementsprechend, also da ist schon eine andere Programmierung dahinter. Und ich finde, es ist wirklich eine gute Investition gewesen, gerade wenn man auch noch, wenn es Leute da draußen gibt, die vielleicht noch mehr haben, wie so ein Durchlauf, Durchflusszähler und sowas. Da kann man also noch jede Menge Spaß damit haben. Ja, unten in der Videobeschreibung packe ich nochmal eine Playlist über meine Gartentools, wo auch Gardena dabei ist, Robby und Wassi und so weiter. Könnt ihr euch mal angucken. Und ansonsten danke ich fürs Zuschauen, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute!